Was riechen wir denn und halten wir denn hier in den Händen? Alter, das rieche ich sofort. Das ist doch der Rewana, oder? Ah, das ist Musik in meinen Ohren. Achtung. Aber Katrin, ich habe mich schon immer gefragt. Das ist ja quasi so wie eine Gastronomie, wie Bratkartoffeln, oder? Das ist so gut. Oh, schön. Schön. Uli, jetzt komm doch mal her, schenk doch noch mal nach. Da will er nicht so gern geben. Genau, also ich finde tatsächlich, der hat unheimlich... Ja, sowas... Schönes. Schönes und er hat vor allem eine schöne Farbe. Ich habe es mir zu meiner königlichen Aufgabe gemacht, dass ich diesmal selbst den Wein schleppe. Denn er ist gut. Ich weiß nicht. Soll es nicht. Das ist ja auch ganz schön. Ich weiß nicht nur, was ich will. Ich weiß nicht. Das ist ja. Ich weiß nicht. Ja, nein, ich bin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Man weiß nicht. Das ist das. Ich weiß nicht. Beidee. Was έχει nicht. Ich weiß nicht.